Musik 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 Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neverwinter. In den letzten Tagen ist so ein bisschen Pottermore bei mir gekommen. Das wird jetzt auch natürlich noch weitergehen, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich wollte natürlich nicht nur Pottermore bringen und deswegen wird es sich jetzt so ein bisschen mit Neverwinter abwechseln. Also ich werde jetzt wahrscheinlich in erster Linie Pottermore und Neverwinter bringen. Mal gucken, ob ich dann zwischendrin noch irgendwas da zwischeneinschiebe von den anderen Projekten. Mit Sicherheit wird auch nochmal ein bisschen Dark Project kommen. Aber das wird ja zuerst mal mein Hauptprojekt sein. Was willst du denn hier, Kopfgeldverwalter? Achso, ich habe ja übrigens hier F. War das unter F? Ne, unter N. Der N war das. Mein kleiner Söldner hat wieder was Wundervolles geschafft. Dankeschön. Aufgabe auswählen. Dankbaren Händler beschützen. Ja, mach das mal. Fünf Minuten? Passt. Ja, ja, hallo. Beim letzten Mal habe ich hier versucht, beziehungsweise schon mal angefangen, so ein paar Orks zu töten. Fünf gefangene Wachen befreien, muss ich auch noch machen. Okay. Und ich bin versehentlich in so eine Art Mini-Event hier reingerutscht, bei dem ich irgendwelche Relikte sammeln musste. Glaube ich. Jedenfalls war ich dezent verwirrt. Naja, ist egal. Äh, der will ich mal nicht unbedingt ihre Gegner klauen. Die macht wahrscheinlich dieselbe Quest wie ich. Dementsprechend nehme ich mir die hier. Hi. Hopp. Und kaputt. Oh, da ist noch einer. Halt! Ja, tschot, tschot, tschot. Bam. Meiner. Hopp. Oh. Ups. Das war ein Versehen. Des war so nicht gedacht. Ich wollte eigentlich nur die Sachen hier einsammeln. Ja, das sieht aber cool aus, wenn die Pfeile hier runterkommen. Was haben wir denn hier? Gewölbeerkundepacken. Ach, shit. Äh, waaah. Hier sind ja noch welche. Höh. 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 Ja, ich hätte auch in den Nahkampf umswitchen können, aber irgendwie, äh... Ich muss da noch ein bisschen üben, glaube ich. Okay, ich glaube, ich habe fünf... Nein, ich habe 17 Orks. Okay. Ah, da vorne ist so ein Naturkunde... Was? Rausierer. Steh... Steig. 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 Gedöns. Ja, ich war schon. Oh! Oh, da ist ein Magier dabei. Oh, da ist ein Magier dabei. Aua. Aua. Was kann ich nicht? Wartet, ich versuche es mal so. Bam, bam, bam. Bam. No. No, 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 no. Ura. Tö, he, 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 he. Ach, das geht nicht? Jetzt geht es aber, ne? Ja, jetzt geht es. Oh. Heiliger. Hä? 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 Wow. Ich muss erst mal in die Kampfgeschichten hier wieder rein. Ach, Mann. Das ist doch lächerlich. So riesen Gegner und so wenig Loot? Leute. Das ist voll gemein. Okay, aber, ähm... Da kann ich schon mir ein paar Kräuter und so ein Gedönsens mitnehmen. Ach so, alles. Okay, alles. Nehmen wir alles mit? Oh, hi. Wer bist denn du? Toter, was? Toter Kurier. Oh, wie blöd. Kann ich das? Ich will... Hallo. Ist das eine Quest? Religions... Ich glaube, das ist eine Quest. Ne, ich glaube, der Rucksack wäre die Belohnung dafür. Schade. Hier sind überall Gegner, finde ich nicht so gut. Ich habe immer noch 17. Ach, das waren gar keine Orks. Was waren das denn für Viecher? Da sind auch irgendwelche Nachrichten aufgeploppt. Ich konnte die gar nicht lesen, leider. Weil ich so in den Kampf vertieft war. Ist ja blöd. Naja, gut. Zu... Pot... Tamor? Neverwinterwachen? Hi. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ah, ein Lagerfeuer. Oh, Lagerfeuer ist schön. Nämlich nur noch die Hälfte an Leben. Warum schickt er mich jetzt da... rüber? Musste ich vorhin auch schon darüber und habe es noch nicht gesehen? Das wäre ja blöd. Mensch. Hehe. Ich bin doch hier auch hergegangen, oder nicht? Und bin dann irgendwo... in eine andere Richtung ausgewichen. Ja, nach da bin ich ausgewichen. Okay, ich musste eigentlich hier hoch. Ich hatte ja vorhin... beim letzten Mal schon mal den Freak hier besiegt. Ach, du schaffst das schon. Ich bin mir sicher, dass du das schaffst. Ich bin stolz auf dich. So. Angekommen. Oh. Das ist wieder ein neues Gebiet. Ich glaube aber nicht, dass ich da hin muss. Wow. Ach, Folterer sind das. Okay. Cool. Und was bist du hier für eine gefangene Wache? Befreien wir den mal. Oh, ich hoffe, der galt jetzt für dich auch. Was haben wir hier unten? Nix. Ich habe jetzt keinen Bock, dass ich dem hier seine Dings klaue. Wow. Der ist groß. Der ist groß. Der ist groß. Oh, ich bin Ork-Töter. Sorry, ich war gerade wieder relativ still, weil ich so ein bisschen... Ja. Oha. Was zum Henker tust du? Legst du dich hier mit 50 verschiedenen an, oder was? Hilfe. Ziel erfüllt. Was für ein Ziel habe ich denn erfüllt? Oh. Äh, was ist das? Kann ich das mitnehmen? Tatsache. Ich kann das mitnehmen. Cool. Sie haben ihre erste Schatzlade erhalten. Was auch immer eine Schatzlade ist. Okay, jetzt muss ich nur noch fünf gefangene Wachen befreien. Äh, einen habe ich befreit. Von fünf. Ist ja super. Ich helfe mal mit. Ich tue mal so, als würde ich was tun. Ähm. Ich finde keine Gefangenen mehr. Hahaha. Witzig. Sind die alle hier? Müssen die hier sein? Haben wir da noch einen? Nee, ne? Puh. Ah, hier ist noch einer. Hi. Oh. Ui. Oh, die kamen jetzt unerwartet. Hilfe. Hä? Warum seid ihr so stark? Das ist doch scheiße. Wow. Ausgewichen. Yeah, man. Critical hit. Ah. Stirb doch. Mann. Danke. Eieiei. Okay. Äh, ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Muss ich ehrlich zugeben. So. Komm, mein Freund. Bist befreit. Verzisch dich. So. 14 habe ich noch eingesammelt. 14. Gold. Da hat ich noch was rum. Hi. Nehme ich auch noch mit. Nochmal 19. So. Anscheinend stehen die hier wirklich die ganze Zeit. Da ist noch einer. Hi. Überraschung. Und... Drei. Huch. Ach, die lassen Geld fallen. Das ist aber nett. Ähm... Was tut es? Wartet. Vier? Ich nehme mal vier. Äh. Irgendwo muss hier noch ein Gefangener sein. Da steht noch einer rum. Okay. Nehme ich. Oh, was sind die schnell? Oh, was sind die schnell? Heiliger. Ah, ich komme nicht weg. Ich hänge fest. Scheiße. Ich hänge fest. Nein. Ah. Stirb, stirb, stirb. Warum ist der noch nicht tot? Mein Gott, sind die hartnäckigstu. Was auch immer das war, was ich jetzt gerade eingesammelt habe. Joa. Ähm... Gefangene. Was war hier gar keiner? Oh, ihr wollt mich doch veräppeln. Ich habe hier doch einen gesehen. Mano. Okay. Probieren wir das Ganze nochmal. Wie viele fehlen mir denn noch? Einer, ne? Ne, zwei fehlen mir noch. Scheiße. Wenn ich ja wenigstens wüsste, wo die sind. Ich glaube... Gleich müsste mein... Sollten ja eigentlich auch schon fertig sein, oder? Ja, zehn Minuten haben wir schon wieder. Doll. Doll ist das. Sind ja noch Gefangene? Stufe 11. Stufe 11. Halleluja. Begeht weich zu einem Lagerfeuer und drückt dort P, um neue Kräfte oder irgendwas... Blablabla. Oh. What? Okay. Dann klaue ich den wenigstens nicht, die ganzen Gegner. Wohin. Wohin. Daneben. Okay. Jetzt brauche ich nur noch, äh... Gefangene, Gefangene, Gefangene. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ist das ein neues Gebiet hier? Ist schon seltsam. Huch. Ah, nein. Hilfe. Hier ist nix. Ich weiß gar nicht, wer mich jetzt in eine Gruppe eingeladen hat. Finde ich total witzig. Wow. Ey, das war cool. Mach das nochmal. Die sind ja voll genial. Voll gut. Okay. F drücken zum Interagieren. Da ist noch eine Gefangene Wache. Sehr schön. Huch. Ich glaube... Ähm, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich wurde gar nicht eingeladen, sondern ich habe jemanden eingeladen. Naja, gut. Ähm, passt. Jetzt habe ich vier Wachen. Ist doch schön. Obwohl ich... Oder? Ne. Interagiert habe ich mit der komischen Wache nicht. Sondern das hat der andere getan. Huch. Hey, Vorsicht. Ah, hier ist noch einer. Hallo. Mit Austral-Diamanten können sie ihre Talentpunkte neu verteilen. Sehr schön. Ähm... Ziel erfüllt. Ach, mit Angelin bin ich jetzt in einem... Okay. Hier liegt ein Buch. Warum nicht den Buch? Okay, jetzt habe ich aber tatsächlich alles erfüllt. Jetzt kann ich hier zurück, ne? Ist doch schön. Und schön. Ähm, kann ich auch irgendwie aus der Gruppe wieder raus? Ah, da ist noch Geld. Geld, 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 Geld. Gib mir. Was bist du denn? Ach, noch eine Gefangene Wache. Okay, aber ich brauche keine mehr. Der sah... Komisch aus. Der sah wichtig aus, vor allem. Huah! Ach, du legst dich auch mit allem an hier. Kann das sein? So, Folterer, weg mit dir. Brauchst du noch welche? Also, ich brauche keine mehr. Ja, aber wir müssen ja an den Viechern hier wieder vorbei. Ist blöde, ne? So, komm. Bam. Huh! Sehr gut. Tot. Wow, das ging schnell. Cool. Das nenne ich mal Teamwork. What's the ever. Ähm. Ich würde ja gerne. Ich gehe jetzt hier außen rum. Ganz einfach. Fertig. Kein Bock, noch mehr zu kämpfen hier. Okay, fand ich sehr interessant. Ich gebe jetzt noch eben meine Quest ab. Und dann habe ich die Folge im Prinzip auch schon wieder... Beziehungsweise muss ich die Folge auch schon wieder beenden. Bin, glaube ich, schon wieder viel... 40 habe ich angefangen, ne? Ne, 50. Ach, ich bin bei einer Viertelstunde. Ne, passt schon. Eigentlich passt das. Äh, Feldwebel, irgendwer? Bitteschön. Würge Tempes euch Kraft verleihen. Ja, danke. Wachen habe ich gerettet. Ihr habt diese Wachen vor einem Schicksal bewahrt, das schlimmer ist als der Tod. Männlich, Sonnen, äh, für Glaubenskleriker. Aha, okay. Äh, Quest abschließen. Und... Und... Ja, wundervoll, ne? Verlorene Nachricht. Jetzt muss ich bestimmt diesen komischen Kurier finden. Lager der Wache zu verkehren, war sehr gefährlich, bevor es uns gelang, die Straße zu sichern. Kuriere mussten den gefährlichen Weg entlang des Hausierersteiges nehmen. Oft gingen Kuriere verloren und ihre wertvollen Nachrichten mit ihm. Sucht auf dem Hausierersteig nach einer Kuriertasche und überbringt die in ihr enthaltene Nachricht an Hauptmann Jen Rose im Lager der Neverwinterwache. Hm, dachte ich mir doch, dass das eine Art Quest... Huch, Freundschaftsanfrage erhalten. Okay, cool. Ähm, ja, nehme ich doch mal an. Thanks. Kein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich dir schreiben kann. Ähm. Wie mache ich denn das? Kann ich hier, wenn ich da draufgehe? Äh, Privatnachricht, Mitteilung. Machen wir das so? Immer wieder gerne. Wo bin ich denn hier jetzt? Da geht's... Gefallener Turm. Ne, da will ich nicht rein. Äh, die Dings... Dingsbums... Tasche muss ich finden, ne? Tasche, Tasche. Gruppe wurde aufgelöst. Ähm. Ich glaube, das war irgendwo hier hinten. Ach, ich muss doch einfach nur der Glitzerspur folgen, Leute. Warum folge ich nicht der Glitzerspur? Weil ich gerade so abgelenkt davon war, dass ich eine Freundschaftsanfrage bekommen habe. Ich habe keine Ahnung. Wie kann ich... Wie kann ich meinen Hohen benutzen? Ich habe keine Ahnung. Ähm. Ah ja, hier sind wir wieder. Wondervoll. Jetzt muss ich nur noch diesen komischen Kurier wiederfinden. War der nicht irgendwo hier? Der war doch hier irgendwo in dem Häuschen, ne? Da ist er. Da ist einer. Äh. Gibt's hier mehrere? Anscheinend. Verlorene Nachricht von der... Kanalisation durchsuchen. Gehen Sie zu. Kobold verseuchte Kanalisation. Hä? Ist das optional? Muss ich das machen? Achso, ich kann übrigens... Ja, genau. Kleine Gütertruhe. Wartet mal ganz kurz. Ich würde gerne mal in mein Inventar schauen. Oha. 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 Kleine Gütertruhe. Kriege ich die jedes Mal? Oh, ist ja geil. Und? Das kann ich auch noch öffnen, ne? So. Nice. Ich kriege auch einfach bessere Bögen. Wow. Obwohl besser. Na, besser. Besser nicht unbedingt. Das sind halt Bögen. Was ist das hier? Diebstahlpaket. Oh. Diebstahlpaket. Oh mein Gott. Das ist ja was für mich, ne? Eine kleine funkelnde Gütertruhe enthält. Belohnung von folgender Qualität. Okay. Dankeschön. Ähm. Ab Stufe 15. Okay. Was haben wir hier? Ach, der ist ja süß. Ist ja jede Menge Stuff, den ich verkaufen kann, ey. Oh, was ist das denn? Oh, sehr gut. Nehme ich. Äh. Warte mal hier. Unidentifiziert. Okay. Muss ich wahrscheinlich mit Identifizierung Schriftrolle. Äh. Ich gehe jetzt aber erstmal zurück. Gebe noch eben die Quest ab und dann bin ich tatsächlich doch bei 20 Minuten. Ich bin manchmal mit der Zeit so ein bisschen so... Oh Gott, wo ist das? Oh Gott, wo ist das? die Antwort auf wie er sein Pferd usen kann, also benutzen kann. Hallo, mein Freund. Oh. Du siehst ein bisschen aus wie Spock, mein Freund. Sehr gut. Ne, finde ich auch. Ach so, sorry. Jetzt habe ich den gar nicht zu Ende reden lassen. Ha, scheiße. Ähm. Laut der von euch geborgenen Nachricht des Totenkuriers sind die Orks nicht das einzige Problem hier. Angeblich ist in den Kanälen unter dem Krämerplatz noch eine Einheit der Nasher unter dem Kommando von Karn Nevrim verblieben. Nevrim steht im Verdacht mit den Vielpfeilen in schmutzige Geschäfte verstrickt zu sein und so die Sicherheit der Stadt zu gefährden. Ihr müsst in die Abwasserkanäle unter dem Krämerplatz hinabsteigen und diesem Emporkömmling Einhalt gebieten, bevor aus ihm ein neuer Karsow fährt. Ah ja. Ja, wir sind wieder bei den Nashern angekommen. Gut, gut. Nehme ich. Überhaupt kein Problem. Hier haben wir auch noch jemanden, der uns eine Quest geben kann. Finde ich cool. Ich gehe jetzt erstmal hier ins... Obwohl, brauche ich gar nicht. Ich hatte ja einen Glaubenskleriker bei mir, ne? Der hat mich schon mal geheilt. Ey, wer bist denn du? Kann ich mit dir interagieren? Nö, ich kann dir auch Wiedersehen sagen. Okay, schade, schade. Ähm, ja. Der ist unser größter Lehrmeister. Der gefällt mir. So, damit ist die Folge quasi auch schon wieder beendet. Ich muss mal gucken, ob ich die nächsten Tage auch mal wieder ein bisschen mehr aufnehmen kann und vor allem muss ich mich hier mal so ein bisschen umgucken. Am besten auch mal offscreen, weil, wie gesagt, 20 Minuten sind einfach immer viel zu wenig, finde ich. Ähm, die haben ein neues Lager entdeckt. Sie haben Wissen entdeckt. Okay. Ähm, ja, in Ordnung. Dann würde ich sagen, ähm, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ähm, ich freue mich schon drauf. Und mal schauen, wann die Folge jetzt hier kommt. Wie gesagt, Pottermore und Neverwinter werden sich jetzt so ein bisschen abwechseln, eventuell noch ein bisschen Dark Project zwischendrin. Und dann, ähm, ja, mal schauen, wie es die nächsten Tage weitergeht. Ich wollte eigentlich immer mal Neverwinter mit Eulchen aufnehmen, aber leider macht mir unser, macht uns, mein Schichtdienst, immer, äh, einen dezenten Strich durch die Rechnung. Ja, leider doof gelaufen. Ähm, mal schauen, ob wir das irgendwann mal schaffen, aber ich glaube eher, es wird schwierig. Danke fürs Zuschauen. Ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Wird mich riesig freuen. Ansonsten, ähm, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.